Gebiet sichern. Jawohl. Ich verliere noch mehr Paladine. Verstärkt die Verteidigung. Sie schlagen zu. Heilig mal ordentlich. Jawohl. Bereits. Und los. Aber lasst euch mal alle zurückfallen, bevor ich mir dein Auge laufen halte. Einfach so reinrennt. Das kann ja nicht sein. Marschbefehl. Sind auf Feinde gestoßen. Augen offen halten. Gebiet sichern. Bin unterwegs. Bleibt standhaft. Befehl verstanden. Auf mein Kommando. Für die Rune. Einsatzbereit. Bleibt standhaft. Sie schlagen zu. Bereit für den Kampf. Und da habe ich schon vier Stück verloren. Bleibt standhaft. Einsatzbereit. Alles klar. Verstärkt die Verteidigung. Gebt das Zeichen. Einsatzbereit. Befehl sichern. Befehl verstanden. Erwarte Befehl verstanden. Gebiet sichern. Bin unterwegs. Gebt das Zeichen. Gebiet sichern. So. Nichts besonderes hier drin. Habe verstanden. Hier bin ich. Dort entlang. Kein Problem. So. Eine neue Schmelze errichten. Erwarte Befehl. Befehl verstanden. Wo ist eigentlich Alia? Achso. Die ist einkerkert. Also gebannt. Start. Jawohl. Alles klar. Ihr zwei hierzu. Bereit für den Kampf. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Befehl verstanden. Alles klar. Erwarte Befehle. Gebiet sichern. Okay. Ihr macht weg. Verteidigt euch. Zeit zu sterben. Vorsicht. Sie sind hier. Gebt das Zeichen. Kämpft. Verstärkt die Verteidigung. Erwart euer Kommando. So. Ihr könnt euch zum Kloster. Bin unterwegs. Zu einem Sternkloster zurückziehen. Weil hier gibt es nichts mehr für euch zu tun. Gebt das Zeichen. Vorsicht. Sie sind hier. Oh cool. Erfahrungspunkte. Nehme ich immer gerne. Bereit für den Kampf. So und ihr richtet mir eine Miene. Wird sofort erledigt. Ja. Zurück mit euch. Vorsicht. Vorsicht. Sie sind hier. Gebäude wurde errichtet. Ja. Das ist eigentlich mal eine große göttliche Heilung. Gebt das Zeichen. Einsatzbereit. Vorsicht. Sie sind hier. Okay. Hier nehmen die Angriffe zu. Finde ich jetzt nicht so schön. Sind auf Feinde gestoßen. Einsatzbereit. Befehl verstanden. Augen offen halten. Erwarte euer Kommando. Sie schlagen zu. Also ja, noch ein Paladin. Noch ein Kleriker. So, Eisen ist gesichert. Das heißt, wir können jetzt endlich mal uns um unseren Titan kümmern. Neue Fähigkeit verfügbar. Aber ja, das hier sind die Lager, die wir von hier aus dann angreifen können. Gut. Gut, gut. Habe ich schon neue Hunde angefordert? Nein. Gebt das Zeichen. Erwarte Befehle. Ah, von unten kommt wieder ein neuer Angriff. Einsatzbereit. Neue Fähigkeit verfügbar. Runde sind da. 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 Also ja, von Norden aus brauche ich jetzt nichts mehr fürchten. Weil die kommen alle jetzt über Süden. Was ja schon mal gut ist. Bleibt standhaft. Vorsicht, sie sind hier. Sie schlagen zu. Sie schlagen zu. Neue Fähigkeit verfügbar. Ihr habt gerufen? Folgt mir. Erwarte euer Kommando. Sofort. So, das heißt, wir hauen jetzt die Spinnen mal weg. Jawohl. Sieht alles noch in Ordnung aus. Nahrung kommt gut rein. Ja, dann können wir... Marschbefehl. Ne, lassen wir die erstmal noch stehen, würde ich sagen. Was kostet das nächste? 2000 Nahrung. Also das haben wir bald. Bereits. Und los. Mir nach. So, das heißt jetzt das Spinnzeug wegräumen. Folgt mir! Verteidigt euch! Kämpft! Ach ja, hier war Mentalist Cutler. Ja, verteidigt euch! In die Schlacht! Zurück mit euch! Sie haben es auf uns abgesehen! Ach, stimmt! Der ist ja auch eine Ruhe. Hierin schätzt er uns, glaube ich, der Mentalist. So, wir haben genug Nahrung fürs nächste Upgrade. Äh, was nehmen wir da? Nochmal fünf Kleriker, würde ich sagen. Und fünf Fernkämpfer. Sind auf Feinde gestoßen! Oh, zwei Angriffe von der Richtung jetzt gerade. Auf einmal. Zwergenstahlbeinlinge. Eryons Wissenring und seine Ruhe. Auf mein Kommando! Ja, habe ich doch richtig gewusst, dass das... Mir nach! Vom letzten Playtour, dass das... Vorwärts! ...Ruhenkrieger ist. Was habe ich hier unten? Wow. Gebt das Zeichen! Bleibt standhaft! Einsatzbereit! Klerik habe ich verloren. Äh, nein, kein Speer, einen Klerik. Jawohl! Alles klar! Marschbefehl! Augen offen halten! Gebt das Zeichen! Bleibt standhaft! Jetzt noch ein Paladin. Erwarte Befehle! Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! Hm, kann ich die Metallisten gleich benutzen? Vorsicht! Sie sind hier! Bleibt standhaft! Ich wünsche mir manchmal, ich könnte mir ansehen, was für Zauber die haben. Vorsicht! Sie sind hier! Äh, was kannst du? Natur, okay. Da kriegst du... Sind auf Feinde gestoßen! Achso, Matur-Magie. Na, da bist du hier völlig falsch. Bleibt standhaft! Da weiß ich gleich mal, ob ich dich überhaupt benutzen möchte. Sie schlagen zu! Bleibt standhaft! Sie schlagen zu! Sind auf Feinde gestoßen! Einsatzbereit! Verstärkt die Verteidigung! Auf meinem Befehl! Mit mir! Schnell! Ja! Jawohl! Alles klar! Okay, die Verluste mehr und zu verlangen sind. Marschbefehl! Einsatzbereit! Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Auf mein Zeichen! Und los! Mir nach! Folgt mir! Gebt das Zeichen! Okay, was haben wir hier rum? Jawohl! Wo wir rumstehen? Bereit für den Kampf! Erwarte euer Kommando! Gebiet sichern! Ich habe hier jetzt noch... Erwarte Befehl verstanden! Drei Paladine und... Vier Kleriker. Also brauche ich erstmal sieben Paladine. Kann auch gleich schon das Ding hinpacken. Und los! Dann fange ich mal... Für die Rune! ...die hier ab, damit die keine Probleme machen. Augen offen halten! Verteidigt euch! Okay, da greife ich doch erstmal das Hauptlage in der Mitte an. Kämpft! Habe ich überhaupt Kitter des Wittes schon vorgelesen? Nein, ich glaube, ich bin da zu der letzten Folge gar nicht gekommen. Zurück mit euch! Ständig unter Angriffen lagen.